Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Yoshi's Holy World. Das letzte Mal waren wir bei Geisterlern und haben uns an Klettverschluss festgehalten. Und wie ihr seht waren noch ein paar Schalgers dabei. Und dann kam dieser Fackelträger-Ding zum Vorschein und da gucken wir mal hinein. Kamek-Krawall. Wir nehmen den Trick-Entsteck-Versteck-Versteck-Versteck-Versteck-Versteck-Versteck-Versteck-Versteck. Waaah! Man kann die nicht auch verdanken, ist ja doof. Doch, kann man. Ich hab mich nur doof angestellt, so wie es aussieht. Das war glaube ich eine blöde Idee, denn wir brauchen Wolle. Das war die ganze Zeit. Das war glaube ich eine blöde Idee, denn wir brauchen Wolle. Halloooooooooooooo! Oder auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier oben, denn wir brauchen Herzen. Wir brauchen ganz dringend Herzen. Böser, böser Kamek. Böser, böser Kamek. Er lässt uns einfach nicht in Ruhe. Er will uns einfach nur verfolgen. Und erledigen anscheinend. Wir zischen hier mal ganz schnell durch. Toll, der passt tot! Ach, das war ja echt knapp, ey! Toll, hier brauchen wir Wolle. Leider habe ich keine Wolle. Und dann haben wir auch keine Wolle gebraucht. Und wir sind tot. Was für ein Zufall! Was für eine Überraschung, dass wir gestorben sind. Es war ja vorher zu sehen, gestorben. So, wir rennen mal hier ganz schnell weg. Und wir werden nicht getroffen werden. Ich habe erst gedacht, das Ding da ist im Hintergrund. Hab ich schon gedacht, wir kommen nicht ran oder so. Aaaa, Kamek! Du bist nicht sehr nett. Ich bin ganz nett. Ähh, erledigt! Ich flipp aus, Mann! Dieser bescheuerte Kamek! 3 4 4 zum Glück sind wir ja in Herzen gekommen ob wir jetzt irgendwann nur noch schaffen werden alles mal gucken wenn uns Kamek mal in Ruhe lassen würde dann würden wir es vielleicht schaffen oder wir ihn einfach noch ausreichen können das ist doch schon mal gut gelerben das ebenfalls anscheinend müssen wir auf so einem Fieder hoch wird nicht so aussehen so leicht aus wie es scheint oh bitte oh mein Gott wir sind weiter nächster Checkpoint ich ratte mich oh krass mich du regst mich sowas von auf man ich brauch dich doch hier oh schön dass ich da nicht hochkomme oh scheiße leia und im 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 ich werde jetzt komplett konzentrieren Ja! VWL! Ach, sterben wieder! Puh! Puh! Okay! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Das Level! Oh mein Gott! Das ist das! Ohne entspannt Modus geschafft habe! Das ist echt gut! Oh, ich bin richtig nervös gerade gewesen! Ich hätte die ganze Zeit Angst! Ich hätte ganz ehrlich gedacht, bitte fall nicht runter! Bitte fall nicht runter! Puh! Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen! Oh, eine Röhre! Äh, gehen wir mal lang! Nach oben! Puh! Mal gucken, was uns erwartet! Baby Bosers Schloss! Ähm, machen wir mal ohne Trickanstecker! Uh, das klingt aber nicht sehr friedlich! Das ist ähm, äh, der Endboss! Glaube ich! Aber mehr gibt es ja eigentlich gar nicht hier! Das ist der Endboss! Bowser Jr. Mal gespannt! Was wir uns hier so erwartet! Oh, anscheinend brauchen wir doch so ein 4! Okay! Puh! 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 Du hast durch die Mauer geflogen! Hier ist nichts! Hier ist nichts! Bum, bum! Bum, bum, bum! Bum, 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 bum! Was ist jetzt? Was passiert jetzt? Wir steigen langsam in die Höhe und es passiert! Okay! Interessant! Hä? Es hat irgendwas mit diesen Viechern zu tun! Ich glaube wir müssen die richtige Farbe... Ich glaube es hat was mit der Farbe zu tun! Wett der Yoshi! Spring da hoch! Das hat sich ja sowieso jetzt erledigt! Yoshi! Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier hoch wieder? Ja! Aha! So! So! Da wir wenigstens so schnell rutschen, machen wir noch die... Nehmen wir die hier noch mit! Nehmen wir die hier noch mit! Nehmen wir ein paar Herzen! Give me hearts! So! Das warten wir, bis diese Wollkugel noch... nochmal da ist! So! Und dann gehen wir hier hoch! Und gucken wir uns mal an, was hier in der Röhre ist! Ein paar Shy Guys mit einer... Shy Guys mit einer Brumbe! Okay! Auf jeden Fall brauchen wir den grünen Shy Guy! Was wir gesehen haben! War hier noch irgendwas? Nö! Sonst war nur schwarz Shy Guys! Wir brauchen auf jeden Fall den grünen Shy Guy! Wegen... Was wir gesehen haben! Okay, was ist hier los? Wow! War das knapp ey! Ich geh lieber langsam runter! Nicht dass uns hier noch was erwartet! Was erwartet uns hier? Ein paar Herzchen! Ha! Einfach in Color! Mal einfach runter! So, was ist hier? So, jetzt dürfen wir die grüne Kugel nicht verlieren! Gehen wir mal durchs Licht! Wir müssen die ähm... Den grünen mit den grünen abschießen! Aber hier ist schwarz! Oder ist es weiß? Ich schieße mal... Ich glaube das ist weiß! So, da haben wir schon mal den ersten! Und gehen weiter! Hier nehmen wir mal ein Check Point mit! Und gehen hier lang! Gucken was uns hier erwartet! Hier kriegen wir bestimmt die nächste Farbe! Oder? Oder? Was ist hier denn so? Nichts! 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 Und nichts! Hier ist auch nichts! Anscheinend müssen wir wieder hoch! So wie es aussieht... Nichts! Oder auch nicht! Hier ist nämlich nichts! Ne, so wie es ausschaut ist hier nichts! Aber da oben ist nicht! Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Komm her, Scheigeil! Schon mal ein Wollteil! Schon mal ein Wollteil! Schon mal ein Wollteil! Hier ist wieder der grüne Scheigeil! Den wir nicht brauchen! Hier ist auch nichts! Ach komm! Ich glaub wir müssen das auch aktivieren! Ich glaub wir müssen das auch aktivieren! Und zwar um diese blaue Röhre dazu bekommen! Jetzt auch mal ein Wollteil. Däriä! Ach, Scheiße! So, hier ist nichts mehr. Da gehen wir mal durch die blaue Röhre durch. Gucken wir uns an, was hier so ist. Oder was hier so ist. Wow! Der Fischi-Fischi ist hier! Ach Mist! Den brauchen wir! Ich glaube wir müssen hier nochmal raus. Wir haben auch seitdem unsere Farbe weggeschossen. Los Fischi-Fischi-Fischi-Fischi! Tommyschen, was machst du in dem Rucksack-Kringel? Brünn! Obst, Brünn! So... Ich weiß jetzt nicht, wie wir genau wieder an die Farbe kommen. Ich glaube wir gehen erstmal den anderen Weg. Wenn es überhaupt noch einen anderen Weg gegeben hat. Ich weiß jetzt nur die... den Weg hier. Ich geh da auch einfach nicht weiter. Wie, da haben wir ja anscheinend gar nicht gebraucht. Blau, Rot und Weiß. Ja, wo kriegen wir die Farben jetzt nun her? Das ist die Frage. Oh Gott! So, gehen wir mal weiter. Uh, hier ist eine Plattform. Uhuhuhuhu. Vielleicht erfinden wir unsere nächste Farbe. Äh, finden wir uns. Ja, unsere Farbe dort. Hier ist eine Plattform. Wir werden hoffentlich nicht sterben, wenn er uns hier verfolgt. Und... Rot! Ja, Rot ist leider da unten. So... ... ... ... ... ... ... ... die nur schnell wieder hoch und schnell wieder hoch jetzt bloß nicht sterben so was ja weiter bringen wir mal die wolle zu ihrem platz lila hatten wir ja anscheinend hier nicht können ja verwenden lila aber rot so dann war es auch schon so dann gehen wir mal weiter irgendwas war ja in dieser röhre da unten und deswegen müssen wir da nochmal zurück und zufällig die blu bekommen die röhre wird ja nicht umsonst farbig sein so dann mal den Fisch mal zu uns wieder dann mal den Fisch mal zu uns wieder dann 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 3 sehr witzig Fischi Fischi sehr witzig so bringen wir mal schnell zurück das blaue die blaue Wolle so dann haben wir den auch schon. Jetzt fehlt es nur noch der weiße Yoshi Yoshi sag ich schon. Der weiße Rosa Junior so dann holen wir mal den letzten die letzte Wolle Wollfarbe eher gesagt ja wie kommen wir jetzt da hin? hm ach da nehme ich einfach mal den entspannten Modus und hole ihn mir okay da rüber ich habe jetzt keine Lust die Zeit ist auch schon knapp wieder ja ja dann setzen wir mal vor und ich habe nur schnell rotter so so jetzt haben wir ja glaube ich alle Wollteile äh alle Wollfarben gucken was passiert gucken wir mal was passiert ja das machen wir in einem anderen Part und da würde ich nur sagen bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin us